hallo zusammen jetzt ein paar informationen für euch über die tea tree lavender mint deep conditioning mineral hair mask die tea tree lavender mint deep conditioning mineral hair mask ist der partner wenn ihr ein trockenes haar habt denn es versorgt euer haar mit so viel feuchtigkeit dass ihr euer haar danach nicht mehr wiedererkennt ihr habt ein gepflegtes tolles versorgt das haar mit sehr sehr viel feuchtigkeit fünf bis 15 minuten ist die einwirkzeit ihr tragt es aufs feuchte haar auf lasst es einwirken gegebenenfalls noch mit wärmezufuhr und ihr habt danach ein haar so wie ihr es noch nie hattet angereichert mit französischer tonerde und lavendel haben wir hier perfekte partner um auf der einen seite das haar und die haut kopf aus zu entgiften und auf der anderen seite auch wiederum zu beruhigen und mit feuchtigkeit zu versorgen ihr könnt die tea tree lavender mint deep conditioning mineral hair mask 1 bis 2 mal die woche anwenden also wer genug hat von seinem trockenen haar hier haben wir das perfekte produkt für euch viel spaß so